Ihr Handy, Frau Hecht. Ja, Schatz? Okay. Jackie, darf ich dir Isabella vorstellen? Hallo. Hallo. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich hinsetzt, Jackie. Jackie? Ich glaube, wir sollten unsere 20 Jahre Ehe nicht allzu groß feiern. Isabella ist schwanger. Und ich kann sie in dieser Situation nicht hängen lassen. Ich bin, du kennst mich, kein Unmensch. Ich würde es dir gerne leicht machen, indem ich zum Beispiel sage, es liegt nicht an dir. Nur bin ich leider ein schlechter Lügner. Aber es hat garantiert nichts damit zu tun, dass du nicht mehr die Jüngste bist. Ist gut, Ludwig. Wiedersehen. Ja. Ja. Ist ein Ende mit Schrecken, ist ein Schrecken und Ende. And now we will go on. Entschuldigung, ich würde gerne Schluss machen für heute. Mir geht's nicht so gut. Hi, Ma. Ich muss gleich wieder zum Sender. Kannst du dir bitte schnell die Einladungskliste durchziehen? Schau, das habe ich mir für die Feier gekauft. Was sagst du? Hübsch, es gibt keine Feier, Maria. Was? Bitte? Ich lasse mich scheiden und frage jetzt bitte nichts, okay? Wieso machen Sie schon Schluss, Frau Hecht? Geht's Ihnen denn nicht gut? Alles normal. Ich lasse mich schon mal. Ich lasse mich schon mal.